moin herzlich willkommen zu einem neuen update video ja ein update video aus dem gewächshaus wie ihr sehen könnt sind meine tomaten hier im gewächshaus die meine tomatenpflanzen die werde ich auch umsetzen jetzt die kommen in ein beet blende ich euch mal bilder noch einfach an und ja die sind schon mal hier kriegen auch blüten immer gespannt sehen im moment gut aus sie sehen aus wenn sie ein bisschen schief stehen gut okay sagen wir mal so die sind halt schon dick ja dann schauen wir mal wie hier so der rest aussieht also ich meine tut es euch an also hier ist einiges und ein paar sachen davon werde ich auch heute einsetzen und schauen wir mal wie das so wird also die werde ich einsetzen ins hochbeet die die da hinten und ja den rest muss ich mal überlegen weiß ich noch nicht hier haben wir wo spuren drin und hier haben wir auch noch ein bisschen was hier ist noch einiges an kohlrabi und da ist noch irgendwas anderes da hinten da ist auch noch was anderes aber hier vorne sind dann 123456 kohlrabis ja jetzt guckt euch mal bitte die den knoblauch an also der knoblauch der ist wirklich wirklich crazy und dann seht ihr hier kommt auch einiges raus also wird spannend bleibt spannend die erdbeeren kriegen jede menge ja erdbeeren könnt ihr da sehen da kommen jede menge erdbeeren dran bis jetzt aber nur bei zwei pflanzen naja gut mal abwarten vielleicht kommt dann noch mehr ja hier sind auch noch mal buschbohnen und das ist so mal so ein bisschen der gesamtüberblick hier also ist auf jeden fall schon nicht verkehrt und ja ich würde sagen gucken wir mal wie der rest aussieht ja gehen wir mal weiter sind wir hier schon mal bei dem anderen knoblauch und der wächst auch wie die hölle ist ein bisschen windig und jetzt schaut euch mal bitte den kürbis an ja die vermutung nicht nahe dass das mehltau ist ich habe aber keine ahnung ich habe das mal nur gegoogelt und ja mehr kann ich ja auch noch nicht sozusagen abwarten was daraus wird hier die erdbeeren ihr könnt ihr sehen da kommen auch kleine erdbeeren die kommt eigentlich auch obwohl die obwohl es so aussah als wenn sie kaputt geht ja dann haben wir hier in dem beet haben wir einmal sechs kohlrabis drin sitzen und die ersten beiden bin ich muss ich ehrlich gestehen weiß ich nicht mehr was es ist weil ich habe es nicht beschriftet es war am anfang beschriftet aber ich kann es nicht mehr sagen was es ist ich weiß es nicht mehr hier hinten ist gurke habe ich extra mal so ein kleines ranggitter dann gemacht kommt auch wie ihr sehen könnt und da kommt auch was ja dann gehen wir mal hier zu dem kleinen beet hier könnt ihr sehen sind alles kartoffeln in der mitte sind eigentlich auch kartoffeln und da kommt auch ein bisschen was wenn ihr das sehen könnt ich weiß nicht kann ich ran zoomen ja da könnt ihr sehen kommt auch kartoffeln und ja hier vorne kommt noch kartoffeln und da hinten natürlich die zwiebeln dann gucken wir mal hier rein ja was soll ich dazu sagen ich weiß es ehrlich gesagt nicht ob diese erdbeeren noch was geben aber ich befürchte nicht obwohl doch schaut euch das mal an guck mal da da kommen kleine erdbeeren ich lasse die mal noch drin und dann schauen wir mal was das wird und gehen wir mal zum großen Feld würde ich sagen zum großen Feld naja zum beet meine ich ja beim großen beet angekommen seht ihr auf jeden fall kartoffeln en masse ich weiß nicht jetzt sind 18 oder 19 kartoffeln pflanzen die ich jetzt so gezählt habe wo die schilder stehen kommt zum teil einmal da kohlrabi wo die ganzen gelben schilder stehen und die ganzen weißen hier super fokus sind möhren und dann haben wir da überall auch noch mal kohlrabi ja und der rest hier auf der linken seite könnt ihr sehen insgesamt 18 zwiebel pflanzen da hinten stehen auch noch zwei weiße schilder das liegt daran dass die noch ziemlich klein sind und die fast übersehen werden aber ja das sind insgesamt meine ich mir nicht richtig gezählt habe 18 zwiebeln pflanzen ja ich bin mal gespannt ich lasse mich mal überraschen was das wird sieht auf jeden fall schon mal nicht verkehrt aus ja da war so ein kleiner update kann das schon mal so rumführen haben wir hier die zweite seite vom bachlauf habe ich jetzt auch schon mit hackschnitzel ausgelegt da hinten hinter dem beet hier kommen auch noch hackschnitzel und auf der seite hier kommen auch noch hackschnitzel muss der ganze ganze holz scheiß da noch weg habe ich aber ehrlich gesagt noch keine lust zu gehabt ja terrasse ist noch nicht weiter gebaut holz ist aber schon da muss ich sagen holz habe ich schon organisiert hier habe ich auch ein bisschen hackschnitzel verteilt wie ihr sehen könnt hier drunter musste so oder so hackschnitzel damit ja da nichts hoch wächst und ja ich habe noch mal solche teile hier besorgt die sind ja sechs mal zwölf also sechs zentimeter mal zwölf zentimeter und ich habe jetzt sechs mal zehn das ist auch ausreichend das sollte auch reichen und ja in der bar hat sich sonst nicht viel getan aber zumindest sind wir hier schon mal ein stückchen weiter was heißt ein stückchen weiter wir haben das holz schon mal da mal so ja und natürlich nur so kleiner rundumblick sieht schon nicht verkehrt aus würde ich mal so behaupten also kann sich sehen lassen wenn es euch gefallen hat drückt gerne ein daumen hoch und schreibt was nettes in die kommentare ab da sehen wir uns beim nächsten mal also macht's gut haut da rein ciao ciao